herzlich willkommen zum zweikampfsofa wir spielen diablo 3 reaper of souls immer noch auf qual ich brauche erst mal wieder mach dein zoo los kommen machen wir mal locker mach mir dann so hallo wo sie so kleiner stinkelbär wo gehen wir jetzt hin ach du hast du musst dich zu mir zappen ja genau stimmt das haben wir jetzt mal trickreich gemacht man kann sich ja zu dem anderen teleportieren was wir ganz selten eigentlich machen aber die karte benutzt total kacke du kannst ja auch im spiel immer irgendwohin zappen genau wir müssen jetzt die vergessenen ruinen der oase von dalgur betreten dalgur gesundheit was hast du gesagt vögel ja und ich will noch aus dem bereich da mal raus gehen weil sonst ich nach außerdem könnte passieren und dann hast du was was haut ab hier in dies ihr dreck säcke hier ach du bist auch endlich da ja endlich juhu ja die vergessen ruinen wir sind ja dann sollten wir sie auch betreten wie einfach nur reingehen oder was kommen wir dann nicht von hier wir kommen total von hier ach das genau dieses ding da dann total so verwirrst dich so jetzt müssen wir sein kopf finden hallo jungs dein schildstoß seh das wohl ja ich habe ein bisschen ungeskillt ich habe es in so einen vierer die form gemacht und ein vierer dingsbombs ist man sich flotter dreier kenne ich aber was ist ein vierer dingsbombs ja sowas genau du redest wieder wirr ich hätte so ein kleines zornproblem aber als du nicht du bist immer total zornig ja jungs das habe ich voll scheiße gemacht habe ich voll scheiße gemacht ja ja genau dann lässt du mich damit auch mal alleine ja ja genau dann lässt du mich damit auch mal alleine meine kleinen leuchtenden schleimscheißer da sind auch nicht schlecht ja die die ich denke auch mal dass dem gegner ich umlaufe die immer so und das nicht berührend wo ist der kopf ja wir müssen mal auf der karte gucken links rechts geradeaus oben war nicht also unten also irgendwie ne hängt fest ich hängt fest wo ist denn meine mini karte da ja toll hier ist eine sack karre hier war ein sackgosse vor mir direkt steht so einer hallo geh mal tot da ich kann mich doch nicht hauen hallo doch das geht wunderbar sogar wieso liegt ja eigentlich so viel gold rum wer verliert denn ja hallo wo kommen die denn her das war noch gülden ne ne da war keiner also ich habe keinen güldenen gesehen aber oh hier ist verfluchte verfluchte statue ist hier ja dann klick die man noch nicht oder musst du die klicken oder nicht ne muss ich nicht klicken ne ich muss noch kurz warten oh ich habe eine paragon stufe erklommen kling klang klang erklommen da ist es die kaputt ja ich habe es kaputt gemacht du auch das war gar nicht verflucht das war ja einfach nur verflucht scheiße war es verflucht scheiße war das ups da du hast die inneneinrichtung kaputt gemacht ich war es nicht wenn die versicherung übernimmt das ist zu mir leid ja 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 kumpel ich war es nicht wirklich aber hier ist alles schon kaputt das war vorher schon kaputt ich war das nicht genau aber wer es angefasst hat muss auch kaufen du weißt es doch das ist immer so so ein bisschen Zorn aufladen und rein das Getümmel kumpel kumpel und mein auch aber war die gleiche stelle ich habe es nach unten nach unten hier geht es aber auch wieder nach oben ja oder nach oben ja das kann man so halten mit dem Dachdecker nur soweit nur nicht so hoch so hoch aber nicht so hoch nicht so hoch ich wackel mal den dicken da hinterher ach hier die kleinen Spindchen hier mal weg machen boink brauche Mana leider fülle ich mit dem Sperrfeuer nicht so richtig auf weil er ja auch ein bisschen verbraut das dauert zu lange bis es voll ist da muss ich noch irgendwie mal eine andere Lösung optimieren würdest du sagen ob ich da wieder meinen Totem nehmen muss der mir unendlich Mana gibt für 10 Sekunden glaube ich aber auf wen verzichte ich denn kann doch nicht ohne meinen Horst oder so nein das geht natürlich überhaupt nicht dein Horst muss immer dabei sein die Wolke muss dabei sein tja du hast sie kaputt gehauen ja seit von Sekunden aber ich muss mich auch aufwärmen manchmal hinten hinstellen und ein bisschen Mana aufladen Mana, ich sag auch wieder Mana 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 es ist natürlich kein Mana es ist natürlich Zorn ja meint dasselbe mir ist mein Fernseher zu laut ich höre nichts mehr hier nicht dein Fernseher, dein Sound mein Game Sound ja dann musst du ihn wohl leiser drehen aber so sprichst du zumindest mal laut und deutlich und schreist hier rum Stimmt also okay ich muss mich da rumschreien meinst du ja hier ist ein schöner Ausblick ja aber kein Kopf ich suche immer noch einen Kopf haben wir keinen Pfeil oder so Manu kannst du mal den Pfeil anmachen da steht noch einer rum der ist ja doof der hat sich verlaufen hier ist noch Gold rum Moment tja dann wohl eine nächste Abzweigung nach oben bin mir nicht sicher ich auch nicht aber wir machen es einfach mal oder ha ich hab es hab ihn das war der Kopf das war der Kopf und ein dicker Mops oha ein Fump ein Dings und es macht nix hau ich mal mein Sperrfeuer drauf das brutzelt ihn so langsam runter und in der Säure stehen auch äh und mein Tornado jetzt zum ersten Mal da drauf jetzt geht es ab hier sag ich dir ja jetzt hab ich auch irgendwie ausgepaut das kann ich nicht mehr machen hier ach noch ein Bumptich hab ich noch gemacht na toll jawoll ach hier ist einer da ist noch einer Sepsis der Wiedergänger noch gesockst hängt hier rum bum 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 mehr Zorn ja ich bist hier gleich Zorn ich geb dir gleich Zorn du da ist ja irgendwie unverwundbar der Knabe hier kann das sein der Knochenkrieger ich steh irgendwie in der Säure rum kann das sein das ist in Teil meiner in Teilen aber auch seine ich kann nichts dafür das sieht irgendwie auch gleich aus oder? kann das sein? naja wir haben die gleiche Fähigkeit das ist das blöde achso ist das auch ein Dämonenjäger nein ein Doktor ne 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 er ist ein Säurekotzer oder so also ah ich hab ein Tagebuch angemacht Entschuldigung sieht der mir grad auf den Sack oder was? nein äh äh Drecksack hallo Späß ist der wieder Pupsi komm hier komm kriegst ein Laser ab ja ich hab jetzt auch nochmal mein Tornado da drauf hallo mein Tornado da drauf ich steh nur daneben guck mal wie der weg gelasert wird der Typ ein irgendwas grad wat ach so ein Gürtelchen ist das hübsch so so Dungeon ist fertig Dungeon wo geht's ich? ach wir hätten gar nicht raus wir hätten gleich zurück gehen können wir müssen zu Adria steht da doch also Insellager oh Insellager Insellager now ich gehöre in die Stadt zurück ich gehöre in die Stadt zurück ich gehöre in die Stadt zurück sagt sie ich muss zurück mit einem Stoff im Arsch ich muss zurück 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 ein Zeitpunkt wo wir wieder unsere Ausrüstung checken können ich hab noch nicht viel aufgenommen ne paar Sachen waren schon dabei oder? ja aber nicht wirklich ich mach mal eben hier laba laba Mr. laba laba komm bla 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 du hast den wichtigsten ausgelassen hatte ich geklickt aber mach grad pippen mal kurz nein jetzt kommt doch Soltan ach ja der alte lieben wollten bla 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 ich verarsche euch alle und ich bin total nett dabei und man weiß es von vornherein dass er böse ist jetzt labe ich mit ihm bla 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 und wir trauen ja nicht aber wir machen es trotzdem bla 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 so jetzt guck mal in meine Ausrüstungsliste hier rein so Ausrüstung du hast recht ich habe gar nichts eingesammelt ich habe Grütze ich habe drei Höschen eingepackt ne zwei drei Gössel eingepackt die sind alle nicht besser Schrott nennt sich das das Wort was du suchst ich meine da ist auch ein Schrott also der ist auch nicht viel besser als die ich jetzt habe Verkaufen Schrott verkaufen irgendwas Besonderes dabei alles reparieren einmal durchgucken aber nichts besser was war das? witzig übrigens du verkaufst immer und ich verwehr's nicht immer in Ausrüstung also wir spielen ja total anders was das angeht jetzt haben schon die ganzen normalen Sachen fast den Wert meines ha 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 Journal D�� NW 70 Dingsbombs Hallo geht das? dass geht sieht man doch mensch das ja aber auch nur fast aber nicht schlecht aber nicht schlecht ja so kanns weitergehen mag ich obwohl das kleine Mädchen hat nichts für mich was soll das die kleine Bitch die mag dich nicht Ja, ich bin auch eine Bitch. Das stimmt wohl, aber... Ähm, was will ich hier? Was mache ich hier? 32, hm, toll. Guck mal. Was ist das? Ein seltener Stab. Der ist ja beschissener als deiner. Aber, hä? 2180 zu 2125 ist erst mal besser. Oh, ich habe auch was gefunden hier. So, aber... Saugende Lüge. Der Stab ist zweihändig, ne? What? Keine Ahnung. Das steht da nämlich nie, weil ich meine Stäbe sind zweihändig. Kaufen wir noch ein Puppis raus. Kostet ja noch 100.000. Ja, ja. Ja, genau. Ach, Karnschaden. Ja, fast, ne? Schade auch, Baby. Ein Schild? Ne. Ne, also ich glaube nicht, dass wir irgendwas im Shop finden würden, das irgendwie viel, 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 viel geiler ist, als das, was wir jetzt schon haben. Ich bin viel, viel, viel geiler, aber... Ja, deswegen findet man dich auch nicht im Shop. Richtig. Guck mal. So. So, und nun? Wo wollen wir noch hin? Betreten Sie uralte Wasserstraßen in der Oase von... Die Oase von Dölgudu müssen wir wieder hin. Dölgudu. Da, wo der Fall leuchtet. Da, wo der Fall leuchtet. Ach, ja, ja, ja. Da kommt der alte Sack. Interessant, und das interessiert mich überhaupt nicht, dass du mich interessant findest. Hm, du, kleiner Blaujob. Wo wollen wir noch hin? Ja, wir suchen jetzt doch seine Wasserstraße hier. Die muss da irgendwo sein. Die ist doch hier vollkommen falsch. Du bist doch hier, war das nicht irgendwo im Norden oder so? Ich hab keine Ahnung. Ja. Wenn ich das wüsste, würde ich da ja hinlaufen. Hört, hört. Oh, der ist auch ganz schön taft, der Junge hier. Ja, ich auch. Okay, wumpe ich mal kurz weg. Oh, dachte ich. Vergangter Axt. Ja, danke. So geht's besser. So platzt auch mit den Nachbarn. Klack. Gib mir Zorn. Du bist nur für Zorn da, komm. Dann ist noch mehr Zorn. Los. Du bist nur für Zorn da? Ja, ja, ich hau mal. Der muss dich wütend machen. Ja, ja, der muss dich wütend machen. Ich muss das machen. Sag, dass ich hässlich bin. Sagt, dass ich dumm bin. Ja, so eine Art ist das, genau. Hier sind Türchen. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Hier ist das erste Türchen. Das ist ja wie ein Adventskalender. Das erste Türchen. Uralte Höhle. Also uralte Höhle. Also das ist so alt. Da fängt noch der Schmodder von der Decke. Das kommt drauf an. Man könnte ja auch sagen, die Uralte Höhle. Uralte. Was ist Uralte? Ist das Neues Moisland hier? Wie geht's? Was sind das denn für welche hier? Dürfen die das? Das ist so geil. Während gemetzelt wird, die labern sich tot hier. Au. Ich bin tot. Ich bin... Oh, hallo. Hau ab. Ich stand in der Säure und war sofort. Also... Wo bist du denn? Sofort. Ach, das ist ja gar nicht hier. Das ist ja ein anderer. Sofort. Ey. Igitt. Ah, ich muss hier weg. Egal wo ich stehe, es ist sofort Säure da. Es ist so geil. Wollen wir mal ein bisschen nachhelfen? Oh, weg lasern. Äh, ich will nicht in der Säure stehen. Hau ab. Äh. Nein, geh weg. Hilfe. Es sollt mich... 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 Es sollt mich echt auf den Senkel hier. Oh, ich, ich, ergrüne hier. So. Oh, ich hab was leeren, der das gefunden hat. Na toll, ich nicht. Oh. Aber dann sollten wir mal öfter in so eine Hülle reingehen, glaube ich. Ich will. Oh. Das schauen wir uns nachher an. Machen wir doch immer. Ja gut, die Metzl ich ja sogar mit dem Schwerfeuer so ganz easy weg hier. Rimmelrumpe, guck den roten Balken über den Köpfen an und weg ist. Äh, ja, ich hab ihn zu hauen, genau. Quark. Quark. Mit Quark hab ich das nicht getan. Quark mit Soße. Was ist das da? Da steht doch einer. Den seh ich doch. Ich seh dich. Was hast du denn mit Sox hier? Äh, hau ab. Pum, pum. So, geht's nicht weiter. Was mein Kumpane denn dahinter? Herr Doktor, Herr Doktor, was machen Sie da? Ich hab Freunde gefunden zum Spielen. Mama, darf ich noch ein bisschen spielen? Frau Doktor heißt es ja eigentlich, ne? Um das genau zu sein. Oh, du dein scheiß Zorn, ey. Mädel. Das geht mir auf den Sack. Das war falsch eingesetzt. Das war falsch eingesetzt? Ich muss mal auf meine Fähigkeiten achten, dass ich hier auch immer richtig einsetze. Einsatzer. So, da ist noch einer. Zack. Ja, die tun ja nix. Die wollen ja wirklich noch spielen. Die wollen ja noch spielen, ja genau. Und... 32 getötete. 32, ja, das ist bei dir immer so ein Rekord, oder? Du machst ja immer so viel weg. Achso, es geht da weiter. Ich dachte, da wäre die Straße. Oh, oh, nein. Oh, nein. Oh, oh, oh. Was war denn? Das ist eine Riesenhöhle hier, oder? Ja. Und das ist erst Ebene 1, Schatzi. Ja, dafür kann ich ja nix. Mit diesen komischen Flugteilen gibst du dich echt nicht lange. Da beschäftigst du dich echt nicht lange mit. Nicht wirklich. Oh, ich habe eine Truhe gefunden. Juhu. Eine rote? Nee, mit Blarkram. Oh, ein... Das goldene? Oh, 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 oh. Weg. Ja, wenn ich die vorher zusammenziehe mit dem Piranionado und dann noch ein bisschen Säure drauf. Hier ist nix, ne? Ja, geht schon. Kann man machen. Kann man machen. Kann man machen. Yo. Und es geht noch weiter. Alter, was das für eine Höhle. War die schon immer so riesig? Eine lange, sage ich mal. Die ist nicht groß, sondern lang, ne? Gib mir Zorn, Baby. Gib mir Zorn. Boah, wie ein Schleimknödel hier, ey. Das ist so geil. Was hast du jetzt schon wieder gegen meine Schleimknödel? Nein, ja, ich habe gesagt, dass du gegen deine Schleimknödel bist. Ja, genau. Sag nichts gegen meine Schleimknödel. Ja, und hier geht es noch weiter. Oh Gott. Oh Gott. Unglaublich. Ich will auch was Legendäres finden. Ich finde aber nicht. Mann, oh. Gib mir was. Wie groß ist diese Höhle, bitte? Das ist echt so geil. Vielleicht so? Sind wir jetzt einmal schon im Kreis, oder? Nee, ich habe es noch nicht geguckt, aber ich glaube, das gleiche ist ehrlich einmal rum, oder so. Einmal rum. Ich muss hier nur mal kurz ein bisschen Zorn aufladen. Nicht kaputt machen. Brauchst du nicht. Ich will auch mal was kaputt machen hier. Na gut. Und wenn es Kisten sind. Komm, da kommt eine Mücke an. Komm. Die sind ganz schön widerstandsfähig, die kleinen Viecher, ne? Ja, wie Mücken halt so sind, ne? Ich meine. Haust du drauf und bleib neben. Warum leuchten wir jetzt alle blau? Was soll das? Weil da ein unheilvoller Schwarm ist. Oh, Laser. Scheiße, Laser. Oh, Kacke. Weg da. Oh, fuck. Einer weg. Oh, fuck. Achtung, Laser. Nein, nein, nein. Ich will mich rein. Ich kann mich nicht bewegen. Fuck. Alter. Wieder starre vor Angst. Laser ich dich weg. Ich bin fast tot. Fast. Fast. Ich war tot. Und habe keinen legendären... Sag mal, geht es weiter nach unten noch, Alter? Ja, nach unten geht es weiter, genau. Und guck, neues Gesocks. Hallo Gesocks. Schön, dass ihr da seid. Das ist so geil. Ich glaube, da sind wir jetzt einmal rum. Ja, da sind wir einmal rum, genau. In der Mitte. In der Mitte ist noch was. Ja, in der Mitte. Also zurück. In der Mitte. Das ist auch gleich hier nebenan. Da haben wir Glück gehabt. Glück. Da hält es. Für uns. Tja, und du? Ja. Genau. Gold Bonus und Magie von Bonus. Jetzt will ich auch ein legendäres Teil haben. Yeah. Get it? Oh, oh, gleich zu Beginn. Ich gehe wieder nach oben, okay? Ich habe sie so schön an einem Platz jetzt. Hau und ruf. Autsch. Lasern. Lasern. Lasern sie weg. Na, die Sperrfeuer ich doch tot. Einer ist schon weg. Oh, ich stehe Säure. Weggewummt. Ich bin verlangsamt. So, er steht im Piranionado und kriegt da auch noch Säure ab und schießt auf mich. Arschloch. Arschloch. Stirb wie ein... Äh, das bist du. Ich habe irgendwie kacke leben. Ja, Mann. Oh, jetzt ist er weg. Und eine golde Kiste. Oh, ich glaube, wir müssen nachher in die Stadt. Ich bin wieder voll. Du bist schon wieder voll? Sag mal, was machst du? Nimmst du? Nimmst du alles auf, was da liegt? Ja, da war ich mal was Weißes. Da habe ich was aufgenommen. Scheiße. Hilfe, Hilfe. Äh, warum bin ich hier gezappt worden? Was soll das? Oh, die Hülle ist aber klein, ne? Ja, im Gegensatz zu der ersten Hülle. Aber ich habe ein Problem. Ich stehe immer in Säure hier. Das ist ja voll auch scheiß Vieh hier. Was ist das für ein Kack? Ich muss hier raus. Hilfe. Hey. Geht der mir auf den Sack, oder was? Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Ich muss weg hier. Ich habe einen goldenen am Arsch. Was, einen goldenen am Arsch? Ja, einen goldenen Arsch. Einen goldenen Arsch, genau. Mein goldenen Arsch. Ja, mehr gibt es nicht. Timok, der Mörder steht da. Und ich brauche Hails. Mama. Äh. Jetzt habe ich was legendäres. Ja, geht doch. Aber es ist bestimmt Grütze. Das war es schon. Das war es. Das war es schon? Jetzt haben wir noch eine zweite Hülle gefunden gehabt, ne? Ja, da war noch eine. Wir machen auch mal hier Schluss, oder? Hier? Nee, oben. Ja, oben. Genau. Die Oase von Dalgul. Dalgur. Dalgur. Wie Wulgur, nur anders. Wie was? So, liebe Leute. Ach nee, wir wollen einfach noch Sachen gucken, ne? Stimmt. Ich muss nach Hause? Nein, muss ich auch nicht. Wo ist mein legendäres Ding? Ich identifiziere. Du identifizierst. Wo ist mein legendäres? Ich habe ein treues Alter. Was habe ich? Es hat 2,9 als Schaden. Statt 2,1. Ist das mein legendär, das ich gerade gesammelt habe im Buch? Ja, ein Plan. Für Zauberkundigen. Ja. Können wir tauschen? Können wir machen. Ich muss mal eben gucken. Also, ich mache mehr Schaden. Ich habe bessere Angriffsgeschwindigkeit. Ich kriege Leben pro getöten Gegner. Distanz und Nahkampf erhalten Schaden pro Treffer und reduziert Abklingzeiten. Ja, ich würde sagen, ich habe etwas Neues. Es ist ein Zweihandschwert. Verdammte Axt. Es tut mir so leid. Das ist doof. Nicht. Ja, das schafft nichts. Zweihandschwerter sind doof. Hä? Das ist ja blöd. Ich will ja auch mal wieder Waffen haben, die schön reinbumsen. Willst du? Nee, du willst kein Zweihandschwert ohne Stärke haben, ne? Ganz genau. Man hat zwar Heiligschaden und so und Angriffsgeschwindigkeit, aber halt keine. Ist da Intelligenz da drauf? Toll. Nein, das nicht. Noch nicht mal das hat er. Da ist nichts drauf. Deswegen kannst du das auch nehmen, weil da ist nichts drauf. Ja, ich brauche ja auch immer die Stärke. Das ist wahrscheinlich... Wie viel Schaden macht er denn? Das ist bei neun. Ah, zwei, vier habe ich. Okay. Okay. Nein, brauche ich nicht. So, wir schrotten uns hier eins. Ich habe ein Geschenk. Von wem? Für Simon. Für Simon? Für Simon. Simon, bitte schön. Für dich. Das ist doch der, der uns immer Tipps gibt. Richtig. Richtig. Unser Berater ist das. Unser ganz persönlicher Berater. Habt ihr auch einen persönlichen Berater? Schenkt ihr auch mal ein paar Geschenke. Der freut sich bestimmt. Ich glaube, der freut sich nämlich nicht mehr, weil er vorüber ist. Es reduziert Abklingzeiten aller Fertigkeiten. Es hat maximale Manaerhöhung. Da kann ich den gucken. Und Schaden für Säurewolke plus 13 Prozent. Hallo? Gekauft. Hallo? Ich habe nur Scheiße. Ja, das tut mir leid für dich. Ich weiß dein Arzt davon. Nö, nö, nö. Ich habe eine Paragonstufe bekommen. Oh toll. Die habe ich auch. Ach, siehste. Die habe ich ja auch. Was meint ihr, weshalb der dunklen Zirkel so handelt? Was redet ihr für sich? Ach, das ist das mit der Bewegungsgeschwindigkeit. Gebe ich die auf? Nee, noch nicht. Für euch scheint der Glaube die Antwort auf alle Fragen zu sein. So, da haben wir was. Zwei sogar hast du noch zu vergeben. Gold von Bonus, Leben pro Treffer, Flächenschaden. Also bei mir ist natürlich Flächenschaden nicht verkehrt mit meiner Säurewolke. Ist natürlich Fläche immer cool. Aber Ressourcen-Kosten-Reduktion ist, kriege ich nicht rein. Bewegen. Ach ja, richtig. So. Und noch einen. Und noch einen. Leben, Rüstung, Widerstand, Leben. Ach, am besten alle. Das Regeneration. Komm, alle gleichzeitig. Ne, ein bisschen mehr Rüstung ist, glaube ich, weil da habe ich noch gar nichts. Ach, wieder auf. Oder Widerstand gegen Schadensarten kann ich, glaube ich, auch. Das kann ich nicht tun. So. Ist gut. Ist gut, ja. Ja, ich muss sagen, eine erfolgreiche. Ja, für mich nicht. Ich habe einen Teil gefunden, was mal drei Sachen hat, wo ich sage, kann ich alle drei gebrauchen. Ich habe ein Buch gefunden mit Zauber, ey. Das war super, ey. Das war scheiße. Du weißt doch gar nicht, was der Plan da wirklich macht. Das ist nur der Plan für den Zauberkundigen. Du weißt doch nicht, was das kann. Vielleicht ist das die Mörderrüstung. Ne, es war, glaube ich, eine... Das steht schon dabei, dass es für den Zauberkundigen ist. Für den Zauberkundigen. Nein, so heißt das einfach nur. Du hast auch Sets, die heißen Sarah-Louise's Pärtschläger. Da weißt du doch nicht, was das kann. Dann schauen wir gleich mal, okay? Na denn, bis zum nächsten Mal, Leute. Das war das Weicom-Sofa mit Diablo 3 Reaper of Souls. Und Abo nicht vergessen, Daumen hoch und tschüss. Ich habe das Weicom-Sofa mit Diablo 3 Reaper. Ich habe das Weicom-Sofa mit Diablo 3 Reaper.